Hallöchen ihr Lieben, ich bin's, eure Melli und ich wollte euch nur Bescheid sagen, dass ich heute von 19 bis voraussichtlich 21 Uhr streamen werde. Kann auch ein bisschen länger gehen. Ich werde für euch The Dark Eye Shades of Satinath spielen, zu deutsch das Dunkle Auge, die Ketten von Satinath. Ein bisschen Englisch kann ich ja dann doch noch, um euch das mal zu übersetzen. Das Spiel ist allerdings auf Deutsch, hoffe ich zumindest. Es ist von Daedalic, wird einigen vielleicht ein Begriff sein. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Point and Click ist, a la Edna und Harvey oder so, denn ich kenne das Spiel selbst nicht. Ich lasse mich also genauso überraschen, wie hoffentlich ihr auch. Ich gehe aber mal von aus, dass dort einige Rätsel zu lösen sein werden und hoffe dabei auf eure Hilfe und auf zahlreiches Erscheinen natürlich. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns heute Abend und gestreamt wird natürlich auf Twitch. Einfach auf Twitch Lady Melfi eingeben und dann findet ihr mich schon. Also, bis heute Abend. Ciao! Ciao! οιπόν,